Hi Leute, euer Rudi hier. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Erze schmelzt, damit ihr mal quasi aus der Steinzeit herauskultiert werdet. An Skills braucht ihr Construction Materials auf Null, damit ihr euren Schmelz offenbaren könnt. Und Smelting auf Null, damit ihr Kupfer und Eisen, Iron, schmelzen könnt. Und auf Level 30, um dann Silber zu Silber und Gold zu schmelzen. So, dann konstrukte ich mal hier grad in die Ecke. Construction Materials, Reflection, Create und dort haben wir den Ofen, Furniture. Dann gehen wir auf Build. Jetzt zeige ich euch noch grad was für Materialien ihr dafür braucht. Nein, ich möchte nicht nach Erz suchen. Sonst einfach zu zählen. Ihr braucht 10 Plant Fiber, 100 Clay und 5 Wasser. Wenn ihr dann sehr gut Erze gefunden habt, die ihr durch Mining bekommen habt, indem ihr Mining gemacht habt, und dann geht ihr dann, wenn ihr das fertig gebaut habt, an euren Ofen. Und dort könnt ihr zum einen dann Hölzer verbrennen, also Billets, oder Steinkohle, äh Steinkohle, Holzkohle. Die ihr auch machen könnt. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie ihr Holzkohle macht. Ähm, die Hardwood Billets brennen wesentlich länger als die Softwood Billets. Ähm, plus umso höher die Qualität, ähm, der Billets, umso länger brennt es auch. Und es gleich geht auch mit dem Polo, umso länger, äh, umso besser die Qualität, umso länger brennen die. Einfach hier dann reinziehen, in euren Schmelzofen, euer Brennmaterial und euer Erz, was ihr, ähm, schmelzen wollt, dort reinziehen. Auf Light On, ähm, mit der Ofen quasi angemacht wird. Und jetzt müsst ihr Used Bellows benutzen, also den Blasebalken nutzen, um auf 1500 Grad zu kommen. Machen wir noch ein bisschen Kohle dazu. Hier oben seht ihr auch die Anzeige, wieviel Kapazität euer Ofen noch hat. Ähm, dadurch ist die Kohle auch ein bisschen besser zu benutzen als die, als die Billets, weil die wesentlich leichter ist. Jetzt müsste, ah ja, genau, jetzt kommt, äh, der Balken, äh, kommt jetzt der Balken, der füllt sich langsam. Das geht, das dauert relativ lange, bis man, äh, das fertig geschmolzen hat. Äh, deswegen hab ich jetzt schon im zweiten Ofen mal, äh, das vorbereitet. Äh, und dort seht ihr dann, dann ist der Balken gefüllt. Und sobald dann der Balken gefüllt ist, kann man auf, äh, Melt gehen. Ich hab hier mal, äh, von jedem Erz eins reingemacht, mit dem ihr auch seht, also es geht mit Eisen, Kupfer, Silber und Gold. Das ist, äh, kein Problem, kann man alles schmelzen. Dann gehen wir auf Melt, und wenn wir auf Melt gehen, können wir dann auswählen, was wir denn gerne, ähm, schmelzen würden. Also, wie wir es gießen wollen, im Prinzip. Oh, ich muss euch noch zeigen, wie man, äh, euren Schmelztiegel macht, aber das zeig ich euch gleich. Ähm, dort könnt ihr dann auswählen, welche, ähm, in welche Form ihr es gießen wollt. Und dort habt ihr einmal, äh, Nuggets, äh, Bars und Ingots. Äh, wobei die jeweils mehr Erze verbrauchen, das zeig ich euch gleich. Das bestell ich jetzt zum Beispiel einen Iron-Ingot her, aus dem, ähm, Erzen, die dort drin waren. Die ich jetzt mal auf Auto-Craft. So, dann haben wir jetzt im Inventar einen, äh, äh, einen neuen Iron-Ingot. Ähm, um die Sachen zu schmelzen, also beziehungsweise zu gießen, dann, äh, braucht ihr noch einen, äh, ähm, Schmelztiegel. Äh, einmal solch einen. Oder am Anfang braucht ihr einfach einen Primitiven. Dafür braucht ihr dann, äh, einen Branch. Und zwei Steine. Also, Create Primitive Tool. Und hier unten, da. Und dann geht ihr auf Craft. Dann habt ihr hier so einen Primitiven Schmelztiegel. Und, äh, definitiv mit. Super. Müsst ihr dann halt mal ausrüsten. Und dann, äh, könnt ihr die Schmelze benutzen. Wenn ihr fertig seid mit eurem Schmelzen, dann, äh, kriegt auch immer auf Extinguish. Damit dann der Ofen wieder aus ist. Mache ich jetzt aber grad bei beiden bei der Klobahn, wie ihr hier das auch rollt, seht ihr, da füllt sich der Balken langsam. Ähm, jetzt zeig ich euch noch kurz, ähm, wie viel Erz ihr für was braucht. Also, jetzt wisst ihr schon, wie man schmelzt. Von der Menge her. Äh, für ein Eisenerz bekommt ihr zwei Nuggets raus. Äh, für vier Eisenerz bekommt ihr einen Eisenbarren raus. Und für zwanzig Eisenerz, äh, bekommt ihr einen Ingrid raus. Das, das gleiche Verhältnis gilt für die Kupfererze auch. Bei den Silbererzen, ähm, verdoppelt sich die Kosten quasi, weil man aus einem, äh, Ohr, also aus einem Silbererz nur einen Silbernugget rauskriegt. Das heißt, man braucht dann auch, äh, acht, äh, acht Silbererze, um einen Silberbarren rauszumachen. Ähm, oder vierzig Silbererze, um einen Ingrid halt herzustellen. Ähm, bei Nuggets beachten sich dann halt quasi, äh, Kosten oder ähm, ähm, vom Eisenerz her versächterfachen. Also man braucht acht Eisenerze, ach Quatsch, acht Golderze, um einen Goldnugget herzustellen. Das heißt, ihr braucht dann schon, ähm, 64 Nuggets, ach, 64 Golderze, um einen Barren herzustellen. Und 320, um einen Ingrid herzustellen. Ähm, wenn ihr, äh, Ingrids und Nuggets und Barren herstellt, äh, das könnt ihr ruhig herstellen. Und wann ihr lustig seid, ihr müsst dann nicht, okay, vielleicht braucht ihr später mal einen Barren und, äh, will deswegen noch aufsparen. Ihr könnt beliebig zwischen, ähm, Barren und Ingrids, äh, hin und her switchen. Also ihr könnt zum Beispiel, ähm, den Ingrid wieder in den Schmelzofen machen, einschmelzen. Und dann, äh, daraus fünf Barren machen. Oder einen Barren einschmelzen und daraus dann, äh, acht, äh, Nuggets machen. Oder ihr, ähm, macht 40 Nuggets rein und, äh, holt dann einen Ingrid raus. Also ihr könnt die beliebig hin und her schmelzen ohne Verluste. Und, ja, das war's vom Schmelzen. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ähm, und bei den ersten Werkzeugen dann craften. Und endlich quasi aus dem Steinzeltalter auskommen. Viel Spaß beim Craften, ähm, schaut immer, dass ihr genug Holz drin habt. Also wenn ihr das nicht mit Kohle macht, äh, sondern mit Holz. Also ich würde empfehlen, macht's einfach von Anfang an mit Kohle. Da könnt ihr gleich ein bisschen mehr reinstecken. Ansonsten, wenn ihr's mit Holz macht, achtet wirklich drauf, dass ihr auch immer wieder nachlegt. Äh, auch mit der Kohle müsst ihr dann nachlegen, weil das dauert halt seine Zeit lang. Ähm, aber ist ein bisschen einfacher, weil man mehr reinstecken kann. Wenn ihr mit Holz das macht, guckt wirklich, dass ihr immer wieder nachsteckt, damit der Ofen nicht ausgeht. Sonst dürft ihr nämlich wieder von vorne anfangen. Das, äh, möchte man nicht unbedingt. Gut, äh, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Lasst doch ein Like da und man sieht sich.